Ich werde dir jetzt eine Farbe zeigen, die nicht existiert. Das ist vielleicht deine einzige Chance, sie zu sehen. Um den Test zu beginnen, lass einen Daumen nach oben da und dann musst du auf das Kreuz da oben drauf starren für die nächsten 20 Sekunden. Denn was jetzt hier passieren wird, Leute, ist, ihr macht quasi eure Sehnerven müde und dadurch werdet ihr gleich eine Farbe sehen, die ihr normalerweise gar nicht sehen könnt. Mit dem Namen Hyper Orange. Hier wird gleich eine Wand von Gelb auftauchen, wo vorher der Farbkreis dort oben ist und eure Sehnerven werden daraus diese neue Farbe machen. Wir haben es fast geschafft, Leute. Gleich ist es soweit. Und könnt ihr die Farbe sehen?